But I, I, I don't care, guys I know, it's so rare Yo Leute, was geht und willkommen zum neuen Projekt Leute mit meiner Schwester und zwar Unravel 2 spielen wir Ja, ich glaube wir labern gar nicht drum rum, wir starten direkt neues Spiel Los geht's Kapitel 1 zu 9 Ufern Przyの Kapitel 2 zu 5 Ufern Kopitel 2 zu纳 Marshop Kapitel 2 zu 10 Ufern Set 8 Im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Perfekt Leute! Jetzt geht's richtig los! Wir werden die Folgen immer versuchen ein ganzes Kapitel zu spielen. Hoffen wir kriegen es zustande! Um höher zu springen! Ja ok! Ah leg mich doch alter! Hä? 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 I don't do this! Nein! Nein! Ich hab dich runter gezogen! Ah komm alter! Entflege mich doch! Wenn wir jetzt hier schon failen! Halt diese Reaktion! Was will ich jetzt mit Zeitlupe, Junge? Machen so! Geht ja auch! Hallo! Hehehe! Loll ich kann! Was alter! Warum ist er? Habe ich die Zeitlupe aktiviert? Ja tschüss! Ja tschüss! Moment! So meinte ich jetzt nicht! So kann ich nicht drauf! Äh doch! Aha! Moment! Nein! Ach komm! Kannst von Wänden abspringen! Ja oder so ja! Tag Tag! Erst Training doch ist gar nicht so schlecht mit diesem Game! Ich bin immer ein bisschen die längsämmerer voraus! Hahahaha! Hey hey! Hey kann ich dich nicht zu mir ziehen! Komm Anna! Sorry! Geil! Aber ich bin auch mal! Ah nein! Ich bin nicht zu mir! Ah, das ist ein Fisch! Oder ich bin so hoch! Ja lol! WTF hat das ein Fisch!? oh 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 Moment, halt das ok nice oh Hallo? Du kannst aber hin und her schwingen. Ach nein. Du bist voll schnell! Nein! Oh mein Gott, ich auch nicht. Das legt mich doch am Arsch. Oh fuck. Was machst du? Alter! Was? Nein, nein, das ist Beschiss. Runter mit dir. Ah, ja, warte. Das ist ein Eiser-Dreck. Hahaha. Okay. Okay. Das ist eine Lampe. Wir müssen beide verkalken. Das ist ein Eiser-Dreck. Das ist ein Eiser-Dreck. Komm schon! Oh mein Gott. Das ist ein Eiser-Dreck. Das ist ein Eiser-Dreck. Das ist ein Eiser-Dreck. Das ist ein Eiser-Dreck. Nein, das brauchen wir nicht. Oh mein Gott. Du musst das dort hoch. Perfekt, Mann. Das ist ein Eiser-Dreck. Das ist ein Eiser-Dreck. Das ist ein Eiser-Dreck. Ah, jetzt geht es mit dir. Jetzt geht es mit dir. Geil! Lääääälel. Digga. Doch, hier doch. Oh nein. Okay. Ich hätte es gehabt. Junge, dich habe ich doch auf Stumm. Brücke bauen, Brücke bauen. Und jetzt vier gehauen. Ein Kreis um den Faden hier zu lösen. Das ist mal etwas geiles. Hinweise zu erhalten. Für jeden Abschnitt gibt es drei Hinweise. Jeder Hinweis gibt mehr Informationen als der vorherige. Das ist perfekt. Was? Kann man schieben? Ja, ja, warte, 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 warte. Ich mache noch etwas. Ah, ich weiß. Ich muss den hier hochschieben. Perfekt. Ja, lol. Und so ein bisschen. Okay, wir müssen wieder Brücke bauen. Ich das Gefühl. Ja. Oh, du hast einen Kreis. Hä? Hä? Ja, hab ich. Junge, warum hat es bei mir nicht gelöst? Jetzt aber. Hä, sind wir uns noch angemacht? Deiner ist noch angemacht. Hä? Oder? Ah ja, jetzt sieht es besser aus. Jetzt ist es besser aus. Ja, Mann. Juhu! Geh doch. Wie gehst du dich? Ah, ich kann dich runterziehen. Ja, lol. Äh. Guck gut. Nein. 11-2. Okay, ich find's geil, das Gimmick. Mal was ganz Neues. Okay, du schwingen, gell? Ja. Okay, das ist mal geil, weil die Charaktere gedrückt hat, ja, ja, okay. Willst du in der Schirme? Ja. Oh mein Gott. Ach nee. Das war's nochmal komplett. Nein! Ja, das war's komplett. Was ist das? Ah, muss ich loslassen? Ja, wenn noch so etwas. Jetzt. Nein! Nein! Warte, lass dich. Ich hab dich! Hahaha! So, jetzt kann's noch kommen. Juhu! Ah nee, kann ich eigentlich hochkommen. Ah nee, Moment, jetzt probier ich was. Das ist schlau. Noch ein bisschen mehr Farben auszuhaben. Geht das? Das, 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 das wäre jetzt der Hammer. Okay. Oh mein Gott. Ah nein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, du leker mich. Ja, du hast doch deine Fresse! Ah ja, kommens so, da, da, da. Komm jetzt! Keine Scheisse an dich! Anleg mich! Okay, ich geh zu dir hoch! Nein! Nein! Wir machen das, glaube ich, auf eine andere Art. Das geht, glaube ich, fest. Alter! Nein! Nein! Wir sind so! Warum sind wir so drunter gerutscht? Junge! Das ist doch Scheisse, Mann! Wenn wir uns hier bei dieser Stelle nur so anstellen! Ach du Scheisse! Da brauchen wir 40 Folgen! Ich bin so! Ja! Ich bin so! Ja! Ich bin so! Ja! Ich bin so! Was ist das? Nein, wir müssen unten durch, sonst geht das gar nicht. Weil wir dort wegrutschen. Ach, lege mich am Arsch. Okay. Hallo, du bist mein Vater. Oh mein Gott, was ist das? Nein! Da habe ich echt keinen Konto angeboten. Das ist doch nicht normal. So eine scheisse einfache Stelle eigentlich. Was machst du denn? Hallo? Ja! Ist das okay? Ich probiere jetzt hier drüber zu kommen. Ist sicher möglich. Ja, nein. Hallo, was machst du? Warte, 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 warte. Nein! Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Du kannst doch ja rausziehen. Warte, warte, warte. Warte, warte? Esavour wir Menschen nicht noch vonstehen. Du musst unten durch, sonst... Naja, das geht gar nicht anders. Nein! Ah, leg mich doch ab, Arsch! Ah, das ist doch nicht mehr normal. Soll ich mal schwimmen, wenn du jetzt da bist? Ja. Ey, das ist doch... Das klappt, Alter! Ich bin mal ganz geseifelt, aber ich bin so zufrieden. Ja, genau. What the fuck? Nee! Nee, das geht... Nee, nee... Kann ich loslaufen? Es geht, ich kann es nicht. Was darf nicht? Ja, wir laufen doch gleich noch. So. Vielleicht bist du drüber? Ja, probiere ich jetzt gerade, aber ob das geht. Noch mehr. Oh nicht. Ich glaube schon, dass das geht, aber ich habe gesehen, dass das... Nein, das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Ich muss ein bisschen weniger sein... Hallo? Ja, halt doch an! Bist du bereit? Ja! Warum rutscht der Junge? Ja, eben noch ein Problem. Jetzt klopfen wir los. Ich hab gedacht, nee. Hast du gesehen, er geht immer von alleine rum. Immer. Oh man, du kannst am Garn schwingen, wenn es über ein Objekt geschlungen ist. Was? Okay, irgendwie weiss ja nicht, was jetzt da das Problem ist. Ich hab doch einfach noch ein Arschloch. Oh mein Gott. Hahaha. Nein. Ich hab eine Idee. Oh, ich kann ja voll viel Garn nehmen. Ja. Ich hab jetzt noch ein Messer mehr schwingen. Ah, vergiss es. Wir können ja über hier den Faden nehmen und über das ... ... und wir mal rutschen. Sie sind ja beide unten, sozusagen. Äh, what? Oh man, komm. Alles klar? Mal, kannst du. Oh mein Gott, ja Leute, das... Das... Ah, leg mich doch fett, Junge. Nee, das kriegt man nicht hin. Mehr gefahren. So jeden. Was? Ah, und jetzt geht... Ja, geh du mal runter. Runter, runter, runter. Und jetzt schwinge ich dort drüber. Ja, lol. Einfach mehr fahren. Hast du gesehen? Es geht ja voll. Ja, moin. Jetzt lasse ich los. Hahaha! Hallo? Oh, sie werden schon viel langsamer. Ja, sie reist Zeit verlangsam. Ja, ja. Was machst du? Ja, also tot und ich dran, aber ich lasse ich nicht mehr. Hä? Hä? Ah, ja, ja. Jetzt ist gut. Oh, super. Oha. Bergsteigen. Ja, wir sind da. Okay, geh runter. Na. Na. Oh mein Gott. Okay, Leute. Das... Ja, man. Haben wir's geschafft? Kann ich noch nicht schrauben. Oh, 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 Achtung. Was geht jetzt hier ab? Ah, Moment. Ah, Moment. Na, da. Huh? Ah, okay, du kannst du... So, what? Ja, ich weiß nicht. Das geht nicht. Ich habe jemanden, ich werde das. Aber ich weiß nicht, dass ich nichts mehr so weiß. Das ist etwas besser. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das geht nicht. Moment. Ich glaube nicht. Gut. Was mache ich? Ja lol. Ich glaube das wars. Nein noch nicht. Was? Alter. Ja perfekt. Hehehe. Der Leuchthund. Indem wir uns. Indem wir unseren Weg wählen. Alter. Der Leuchthund. Lade, Lade, Lade. Der Leuchthund. Möre. Untertitelung. BR 2018 Okay, da soll mir Kapitel 2 sein. Würde ich mal behaupten, okay, nee, warte, warte, ey, ey. Ich würde sagen, Freunde, lol, was ist das? Huh? WTF? Wie steht das denn? ja wir werden das sicher noch in diesem letzten flach erfahren was das sein wird ok leute nach die erste folge und an revel 2 gefallen hat gebt den daumen nach unten lasst den abon da und sonst wird gesagt dann sind wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin haut rein und ciao